so Umbau auf 4 Räder, jetzt baue ich den rückwärtsgang mit dem Anlasser ein bisschen viel Arbeit, aber macht Spass, das ist das Wichtigste so, die Ansteuerung wird vorne sein, aber erstmal muss man die mechanische Arbeit vorbereiten dann können wir später sehen, mit der Elektrik so, diese Höhe glaube ich ist ok, ja, mal sehen, mal abonnieren, weiter meinem Projekt folgen das ist ein YFZ 450 mit einem 4 Zylinder Motor, 98 PS danke für das Zuschauen